Ein Ford Transit-Zustum ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem grauen 5 Thüringen den Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Partikelfilter, Einpackhilfe, Bluetooth und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 47.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.